Ey, siehste, deshalb braucht man, man braucht halt gar nicht mehr rausgehen, man kriegt jetzt alles zuhause. Sogar mit mehreren, hier drei, Explosionen, vier, fünf! Wie geil die Feuerwerke in dem Spiel sind. Hallihallo, wunderschönen guten Abend zu GT featuring Brot- und Videospiele zur großen Sea of Thieves Gaudi. Hallo Jules, hallo Fritz, hallo Daniel, der mich blöd nachhilft. Michi, du isst aus einem leeren Eimer, ist dir das klar? Das ist mein Diät-Trick und das Knacken sind meine kaputten Kiefer. Immer noch besser als Hüel oder Hüel oder wie heißt das Zeug? Was ist das? Diese ekelhafte Pampe, ab der man kein leckeres Essen mehr braucht. Wir danken auch unserem Sponsor Hüel. Du scherzt das euch mal nicht, man, da könntet ihr ein lukratives Angebot noch bekommen. Hüel, also ich esse es immer. Du kennst unseren Kanal echt nicht gut, Jules. Lukratives Angebot. Selbst ich wurde schon von so einem Gamer-Fuel-Ding angesprochen. Fuel, dafür grindet. Was neues Lied? Neues Lied. Das Lied? Fahr durch, fahr durch. Immer durch. Äh, das ist dann schon weg. Ist neu, oder? Die Taverne ist komplett hinüber. Oh, der Eingang ist auch kaputt. Man kann hier Platz nehmen, aber ich glaube, das lohnt nicht. Ja, das ist eines von den neuen Features, weil man sich jetzt überall hinsetzen kann. Das erinnert mich an den Tag, an dem ich vergessen habe, wie wir sich hinsetzen. Das war so ein richtiger Family Guy-Joke, ey. Da würde jetzt ein Einspieler kommen. Man, this is even more in tension at time, I forgot how to sit down. Durch den Faulheit habt ihr das schon quasi gecheckt. Hier ist der Kompass. Ah, sehr gut. Das lag auf dem Tisch. Wir haben es noch nicht gesehen, weil da in die Lampen ausgehen. Ja. Wie geil dann auch gleich wieder das Meer ist, ne? Schaut euch die, schaut das von der Farbe, ey. Alter. Mann, kann Rare bitte danach, wenn sie mit dem hier irgendwann mal fertig sind in 10 Jahren, können die danach dann dasselbe im Weltraum machen? Ja, mit Star Wars Lizenz. Wie so ein Space Western mit einem eigenen Raumschiff. Ach, du Boba Fett und Mandalorian, es ist doch nur noch Western. Das ist das Einzige, was ihm noch einfällt. Ja, das stimmt. Space of Thieves ist gut. Oh, 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 wir fahren auch direkt auf die Insel zu. Und ich glaube, wir sind zu schnell, ich hau den Anker rein. Ja, sorry, weil das wird... Ja, doch, doch, das, das, nee, das hätten wir nicht geschafft. Das hätten wir locker geschafft, ich hab ne Ahnung. Ihr müsst bremsen, Leute. Bremsen, volle Fahrt zurück. Ja, ja, wir sind schon dabei. Volle Kraft zurück. Irgendjemand kann mal das Hauptsegel raffen. Nee, doch, wie heißt denn das richtig? Wir fahren da voll drauf. Weiß ich doch nicht, ich bin doch kein... Leute, stopp. Ja, vielleicht... Oh, man, no. Ihr müsst halt mit anfassen. Ja, ihr müsst halt auch mal schneller reagieren. Ihr müsst halt mit anfassen bei den Segeln. Wo seid ihr denn? Also, ihr habt doch den Überblick. Jetzt wissen sie, dass wir da sind. Wir sind jetzt da so übel draufgeknallt. Kommt mal mit unter Deck, da gab es jetzt bestimmt ein Leck. Das wird, das wird. Oh, ein Kratzer geschafft. Das ist wie wenn man... Nein! Ich stopfe die Lecks. Halt dich mal links. Jetzt geht er mir grad voll durch. Links, 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 links. Langsamer! Segel raffen! Bremsen! Segel raffen! Segel raffen! Giraffen! Wir raffen! Wir raffen noch dabei! Scheiße, wir raffen! Das vordere Segel! Wir raffen! Aaaaaah! Oh, das hintere! Oh, oh, oh! Was ist das, Chef? Oh, oh! Der eine ist ins Wasser gesprungen. Oh, Scheiße! Wir fahren auf die Insel zu! Fuck! Ja, natürlich! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Leute, wir fahren direkt auf so eine kleine Insel. Ich würde sagen, wieso düst ihr auf die Insel zu? Wieso passt ihr nicht auf? Dann fahr dich rüber! Dann fahr einfach rüber, wenn du schnell genug bist! Oh nein! Oh Scheiße! Ja, sag ich doch, fahr rüber! Siehste? Reparieren, 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 reparieren! Schnell sofort! Oh nein, wir hatten Wassereinbruch! Also, wir hängen halt echt in der Luft, gell? Dann schieb an! Wir können die Explosivfässer hinterm Bug hinterm Heckmann nicht platzieren und das Schiff wegsprengen, ja? What could possibly go wrong? Nein, das machen wir jetzt nicht! Doch, wir sprengen das Schiff frei! Das hängt fest! Warte mal, in welche Richtung haben wir denn eine Chance? Das ist ein Schiff aus Holz, ihr Idiot! Doch, wir sprengen das Schiff frei! Müssen wir das nicht vorne machen? Hör auf! Nein, wir sprengen das frei! Schau mal, hier bis nach vorne! Ah! Wow! So! An mein Schiff kommt hier kein Sprengstoff, ihr Anfänger! Man kann sich auch mit den Kanonen rüberschießen, aber trotzdem würde ich jetzt sagen, Segel einholen und jetzt langsam mal die Ankerkette! Anker! 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 Schnell! Oh Gott, das geht schief! Oh Gott! Nö! Aber hat doch gepasst! Puh! Genau richtig! Das hätten wir nicht geschaffen! Ja dann! Ich würde das schöne Schiff nicht kaputt machen! Okay, dann gehen wir mal an Bord! Ja, an Land! Ich kenn mich aus, Leute! Wie viele Stunden? 400? Ach, das ist Land! Ach so! Alles klar, ihr Kombüsen! Landt gerne! Oh, da vorne ist das der Nebel! Seht ihr das? Vorne rechts? Ach doch! Da müssen wir aber nicht unbedingt durch die Felsformation durch! Aber wir können durch! Daniel, du bleibst bitte auf Kurs! Ein bisschen Backbord! Ein kleines Stückchen Backbord! Schaut euch mal an, wie das Licht hinter dieser Felsformation durchkommt! Das ist ja irre! Wahnsinn! Ja, das kann echt nur dieses Spiel! Boah! Alter! Irre! Ihr könnt euch übrigens auch überall auf dem Schiff an die Seite hinsetzen und dann mit der Außenkamera sieht das nochmal cooler aus! Fass! Oh, Vorsicht! Fass! Ach so! Fass im Sinne von explodiert! Hatten wir den hier unten schon? Ja, auch! Klostergeist Melissen... Geist... Frau! Klostergeist Melissenfrau! Das ist doch dieses Schlossgespenst, oder? Was die Hörspiele gab! Die heißen ja wirklich Krabbenkrabbler! Krabbenkrabble! Ich dachte die ganze Zeit, du verarscht mich! Nee! Das wird er nie tun! Und der Anführer heißt mit Vornamen so wie die Lehrerin bei den Simpsons! Krabbabelkrabblerkrabble! Oh Gott! Wer hat mich denn da jetzt gerade mit der Kanone erschossen? Es tut mir leid, ich habe auf die Geister geschossen! Ja, da war nirgendwo ein Geist! Ich geister dir gleich einer! Die Geister, die ich schieß! Mann! Schon wieder! Wer lässt den an die Kanone? Wer steuert diese Kanone? Daniel Veith? Ich habe Karte zu vergrabenen Relikten! Habe ich aufgesammelt! Na gut! Ich sehe noch die Geister! Dann brauchen wir noch irgendwie so einen Fluchschädel! Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin am Außenposten respawnt! Hä? Ist unser Schiff gesunken? Also wir haben jetzt nicht so gut! Hier steht auch ein Schiff! Du meintest, du gehst mal flicken, aber da war nicht so viel Nachdruck! Als ich vom Schiff gegangen bin, war alles sauber! Kann sein, dass der eine neue Spieler unser geparktes Schiff versenkt! Oh schau, die haben unser Schiff versenkt, siehste! Wir hörens hier in der Nähe! Theofino schreibt, wenn ich eins gelernt habe, wenn eine Person sagt, noch merke ich keinen großen Effekt, dann bloß nicht nachlegen! Jetzt lass mich doch mal ran, du hast doch gar keine Kerne! Ist es nicht! Daniel! Ich stehe doch gar nicht dran! Ach doch, jetzt stehe ich doch dran! Du kannst dich aber noch kokett seitlich hinsetzen auf den Tisch! Wie? Das muss eigentlich gehen, dass man sich seitlich irgendwie so hinbewegt! Da ist kein Prompt! Also ihr habt jetzt aber safe keine anderen Hinweise, wo das ist! Wie heißt denn das Schiff jetzt, wenn das andere versenkt wurde? Vielleicht die DLSS? Ihr habt ja nie Streams unter 75, ne? Nee! Jetzt meinst du den Zuschauerdurchschnitt? Also noch sind hoch da 75! Ich mein, wir sehen schon ein bisschen verbraucht aus, aber... Twitch, das ist grad ein richtig geiles neues Feature, da freue ich mich richtig drauf! Aber das glaube ich auch nur für Partner erstmal! Du kannst... Das ist eine Vanillepuller-Gitter-Tüte! Entschuldigung! Du kriegst hier keinen Satz zu Ende erzählen, ohne dass ich irgendeinen dummen Spruch raushalten muss! Aber krass, ich bin echt auf 80, also der Multistream funktioniert. Ich bin auf 180! Ich hab von der ganzen Geschichte schon wieder überhaupt nichts verstanden. Das ist echt irgendwas an dem Writing in dem Spiel, bleibt nicht kleben in meinem Kopf. Ich kann mir da nichts merken, ich begreife nichts. Komisch dabei warst du so konzentriert die ganze Zeit. Wir brauchen Trommel. Was soll ich machen? Drehleier oder Benjo? Kann ich schon anfangen zu spielen? Wie geil ist das schon? Der Drehleier hat ja Michi. Der ist jetzt für uns. Sehr gut. Also Musik läuft, oder? Warte, ich muss mit dem Donnerschlag anfangen. Daniel, gleich ist es soweit. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Aber wieso haben wir den Donnerschlag ausgebaut? Der wäre jetzt genau richtig. Jetzt. Warte. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Jan, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. die ersten beiden waren das noch ein bisschen mehr erwartet das sind auch nicht viel cooleren man hätte wissen müssen dass die lunte noch in einem tag brennen der war schön deshalb braucht man braucht man braucht halt gar nicht mehr rausgehen sogar mit mehreren hier drei und 45 geil die feuerwerke im spiel sind